Wie funktioniert aktuell der TikTok-Algorithmus? Das ist eine Frage, mit der sich jeder beschäftigt, der auch nur irgendwie Content auf der Plattform TikTok hochlädt. Und was wird probiert? Es wird probiert, mit Hashtags, mit richtigen Beschreibungen, mit irgendwelchen speziellen Upload-Zeiten das meiste aus dem Algorithmus rauszuholen. In diesem Video möchte ich jetzt zeigen, warum das alles nicht so wichtig ist, wie du denkst und was du eigentlich machen musst, um wirklich viral zu gehen, um aus den Klicks, aus der Reichweite, aus dem Algorithmus Fans, Kunden und oder Mitarbeiter zu generieren. Hallo, mein Name ist Franz Wegner und mit meiner TikTok-Agentur produzieren wir jeden Monat Minimum 300 Videos für die verschiedensten Kunden. Und weil unsere Kunden in den verschiedensten Branchen tätig sind, sehen wir, was wirklich funktioniert, was irrelevant ist und was es wirklich braucht, um auf dieser Plattform erfolgreich zu sein. Ich habe dir heute ein kleines Diagramm mitgebracht. Und zwar beschreibt das sehr simpel runtergebrochen, wie der TikTok-Algorithmus wirklich funktioniert. Du lädst ein Video hoch und da kommen wir auch schon zu der Besonderheit gegenüber sämtlichen anderen Plattformen in den letzten Jahren. Früher war das so, uns wurde gesagt, hey, du musst Follower aufbauen, du musst Abonnenten aufbauen, du lädst ein Video hoch und dann wird deinen Followern, deinen Abonnenten dieses Video angezeigt und dann versuchst du wieder Follower zu generieren, versuchst immer weiter so deine Reichweite zu stärken. Das ist heute nicht mehr so. Heute kannst du mit null Followern ein Video hochladen und es kann direkt viral gehen. Das heißt, du lädst ein Video bei TikTok hoch und dann wird es einem ausgewählten Publikum gezeigt. Was heißt ausgewählt in diesem Fall? Der TikTok-Algorithmus versucht basierend auf den verschiedensten Faktoren herauszufinden, worum es in deinem Video geht und versucht dann, das passende Publikum dazu zu finden. Basierend auf, was du im Video sagst, was in der Beschreibung steht, welche Hashtags du benutzt, welche Musik du verwendest oder vielleicht sogar, welche Sprache du sprichst. Also wenn du Deutsch redest, wirst du auch tendenziell eher Leuten empfohlen, die auch in der Vergangenheit deutschen Content angeschaut haben. Was aber viel wichtiger ist, worum es in dem Video geht. Angenommen, du redest über Finanzen. Du redest, wie man, weiß ich nicht richtig, 10.000 Euro in irgendwas investiert. Dann ist unsere Aufgabe, dem Algorithmus es so einfach wie möglich zu machen, zu verstehen, worum es in dem Video geht, damit der Algorithmus Leuten das Video vorschlagen kann, die in der Vergangenheit auch schon Videos zum Thema Finanzen gesehen haben. Und was hat er als Anhaltspunkte dafür, der Algorithmus? Was steht in der Beschreibung? Steht da irgendwas mit Finanz? Steht bei den Hashtags irgendwas mit Finanzen? Oder erkennt der TikTok-Algorithmus durch das, was du im Video sagst, dass es um Finanzen geht? Und diesem ausgewählten Publikum wird dann das Video vorgestellt. Und was passiert dann? Die sehen sich dann das Video an und dann gibt es eine sogenannte Metrik-Auswertung. Das sind meistens 200 bis 400 Leute, die fast immer, immer, immer dein Video erstmal angezeigt bekommen, auch wenn du null Follower hast bei TikTok. Dann schaut TikTok, hey, wie haben diese 200 bis 400 Leute auf dieses Video reagiert? Haben sie das Video bis zum Ende angeschaut? Haben sie es erstmal länger als drei Sekunden angeschaut? Haben sie nach dem Video irgendeine Reaktion gezeigt? Das heißt, sie haben auf Like, auf Kommentieren, auf Follow gedrückt. Haben sie es vielleicht sogar geteilt? Gibt es irgendwas, was dem TikTok-Algorithmus sagt, dieses Video ist anschauenswert? Wenn nein, dann ist das Video für den Algorithmus ein schlechtes Video. Warum sollte TikTok jetzt den Grund haben, dieses Video weiter zu empfehlen, wenn die Testgruppe gezeigt hat, dass niemand auf dein Video reagiert und oder zu Ende schaut? Das heißt, ab diesem Moment stoppt die Ausspielung und dann bleibt das Video bei den 2, 3, 400 Views stehen. Falls die Metrik-Auswertung richtig gut ist oder erstmal gesehen wird, hey, da reagieren Leute drauf, dann wird das Video einem größeren Publikum vorgestellt. Das heißt, TikTok-Algorithmus sagt, hey, Video lief gut für die Testzielgruppe, lass es doch nochmal weiteren Leuten vorstellen. Das Profil, das Video wird geboostet für ein paar weitere Hunderte, vielleicht ein paar Tausende weitere Zuschauer und dann wird wieder geschaut. Wie haben diese auf dieses Video reagiert? Sind die Leute länger als zwei Sekunden drangeblieben? Haben sie es vielleicht sogar bis zum Ende angeschaut? Hat das Video eine Reaktion provoziert? Eine Emotion? Und haben sie kommentiert, geliked, gefollowed? Wenn ja, wird das Video weiter empfohlen im Algorithmus? Auf der VU-Seite, falls nein, wird die Ausspielung gestoppt. Und das ist das ganze Geheimnis. Niemand kann den TikTok-Algorithmus prophezeien, aber du kannst ja dich darauf fokussieren, dass deine Videos von deinem Publikum als hilfreich oder unterhaltsam gesehen werden. Denn der Algorithmus ist immer nur das Resultat des Zuschauerverhaltens. Am Ende stecken immer Menschen dahinter und keine wirre Maschinerie, die niemand versteht. Und ich möchte dir einen Tipp mitgeben, immer wenn du dir denkst, hey, was findet der Algorithmus gut? Was kann ich für den Algorithmus machen, damit mein Video besser performt? Tausche einfach das Wort Algorithmus aus durch das Wort mein Publikum. Denn wie du gerade gelernt hast, ist der Algorithmus nur die Reaktion auf dein Publikum. Das heißt, versuch, dass dein Video bis zum Ende angeschaut wird. Dass dein Video als hilfreich oder unterhaltsam empfunden wird. Lass die Leute wirklich denken, boah, das ist ja ein Hammer-Video, deswegen like ich das. Da helfen keine Hashtags, die irgendwie versuchen, dich richtig ranken zu lassen. Da helfen keine krassen Call-to-Actions, wo du sagst, bitte alle kommentieren und du machst irgendeine Pseudo-Interaktion rein. Leute riechen deine falsche Intention. Versuche dich lieber darauf zu konzentrieren, wertvollen, hilfreichen Inhalt abzuliefern. Und der TikTok-Algorithmus macht den Rest. Wenn du sagst, dieses Video war hilfreich für dich und du hast Bock auf mehr hilfreiche Tipps rund um TikTok-Marketing, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und hinterlasse diesem Video doch gerne ein Like. Wenn du auch noch wissen willst, wie wir es schaffen, mit nur 8 Stunden Aufwand pro Monat für unsere Kunden, jeden Monat Millionen von Views zu generieren, dann schau mal beim Link in der Beschreibung vorbei. Dort zeigen wir dir unseren kompletten Workflow. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.